Bauhaus, wenn's gut werden muss. Zum Thema Gesundheit stellen wir Ihnen heute aus dem Bauhaus-Sortiment den Staubfilter Clean Office vor. In der kalten Jahreszeit wird feinster Hausstaub, der für Allergien verantwortlich ist, durch den Luftzug der Heizkörper aufgewirbelt und im gesamten Raum verteilt. Hierzulande sind ca. 10 Millionen Menschen von Allergien betroffen. Auch kleinste Partikel wie Ruß, Milben, Schimmelpilze, Pollen, Zigarettenrauch und Tierhaare werden von der Heizungsluft umhergewirbelt und verursachen Krankheiten der Atemwege. Amerikanische Studien haben herausgefunden, dass die andauernde Belastung durch diese Partikel zu Lungenkrebs und Herzkreislauferkrankungen führen kann. Durch seine elektrostatische Aufladung zieht der Filter die Partikel wie ein Magnet an. Ein unabhängiges Prüfinstitut hat beim Filter von Clean Office einen Abscheidegrad von fast 90% nachgewiesen. Die schädlichen Partikel bleiben sichtbar im Filter zurück. Die Temperatur im Raum wird durch den Filter nicht beeinträchtigt, denn durch die offenporige Wabenstruktur strömt die warme Luft an den festgehaltenen Partikeln vorbei. Neben den wichtigen gesundheitlichen Aspekten verhindert der Filter zudem die Verschmutzung der Wände, Decken und Gardinen über den Heizkörpern. Clean Office lässt sich sehr schnell einsetzen. Einfach die Filter, die im Format 300 x 100 x 10 mm verfügbar sind, aus der Verpackung nehmen und auf den Heizkörper legen. Diese passen ideal auf zwei Plattenheizkörper, die zu 80% in allen Haushalten montiert sind. Falls der Filter nicht passen sollte, kann er entsprechend zugeschnitten werden. Der Filter sollte je nach Staubbelastung zwischen drei und sechs Monaten ausgewechselt werden. Tun Sie sich etwas Gutes an und schützen Sie Ihre Gesundheit und Ihren Geldbeutel durch Clean Office, den effizienten Staubfilter für Heizkörper. Untertitelung des ZDF für funk, 2017